Pure steht bei Hukla für die junge Linie, für moderne Polstermöbel mit Designanspruch. Pure wurde erfunden als Ewald Schellig pleite ging und dort hat man dann Modelle in dieser Richtung konzipiert, die der Markt brauchte. Und eine davon ist auch dieses Modell und das heißt HP, also Hukla Pure, 22153 in Leder Belvita Barolo bezogen. Was kann die Gruppe? Die Gruppe kann erstmal gemütlich sein, schon an sich bei der Rekamiere genügend Platz, ohne dass ich was verstelle. Jetzt kann ich aber auch noch den, Moment, ich muss hier den Bügel nach hinten tun und für große Leute gibt es da noch mehr Platz. Armlehne ist verstellbar, sodass ich auch quer liegen kann. Hier habe ich den gleichen Beschlag. Ich mach mal die Lendenkissen weg, weil die haben wir auch rauskalkuliert. Nicht jeder mag sie. So, ja, ich brauch zum Beispiel in der Sitzposition kein Lendenkissen. Gut finde ich es in der Lümmelposition. Dann habe ich nämlich hier hinten, Sie sehen es jetzt von hier, kein Loch. Sehr bequem die Gruppe. Den Hocker haben wir auch nicht rein. Kalkuliert gibt es auch extra wunderbar. Bequemlichkeit für die ganze Familie. Ein Dickleder, welches einen robusten Eindruck macht. Belvita ist ein Longlife Leder. Hier können Sie also mit Longlife Leder Pflegemittel drüber. Und ja, die Garnitur wird, glaube ich, für irgendeinen Verband gemacht. Hier war ein kleiner Schmutz drauf. Für einen Verband gemacht. Und das hier ist eine Garnitur von der Möbelmesse. Wahrscheinlich von der Verbandsmesse. Und die Garnitur habe ich in dem Rot genau einmal als Schnäppchen bekommen. Und die kostet ohne Lendenkissen, ohne Hocker 2290 Euro. Für dieses Leder, für diese Größe ein Top-Angebot. Sie haben einen Platzbedarf von 3 Meter und 2 Zentimeter Max in dieser Länge. Profischnapp.de. Ihr Online-Outlet für Markensofa. Sagt Danke. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Schauen Sie mal hier live in 72186 Empfingen vorbei. Wir sind 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Direkt an der Bodensee Autobahn A81. Danke und tschüss. Ihr Igbos Reinhard von Profischnapp.de. Tschüss.